mit welchen mitteln gehst du deine probleme an oder mal anders möchtest du wissen wie ein einziger mann ein großes herr besiegte genau darum wird es heute in diesem vortrag gehen bleibt dabei wir möchten heute über elisa sprechen das ist ein super beispiel aus der bibel dass ich gerne mit ihr heute teilen möchte aber bevor ich ins detail gehe möchte ich vier punkte erwähnen die für uns christen besonders wichtig sind und die heute aktueller denn hier in unserer zeit sind in der wir leben wir leben in einer zeit die sehr schwer abzuschätzen ist wir wissen nicht was morgen auf uns zukommt wir wissen nicht was der morgige tag bringt und während wir vor fünf oder zehn jahren ja so auf halbes jahr jahr im voraus planen konnten können wir selbst bei einer urlaubsreise heute nicht wissen was eigentlich nächsten monat stattfindet ich war und das sind schon ziemlich erschreckende nachrichten wenn ich oder halt lachenlosigkeiten wenn ich nicht weiß was morgen passiert zu all dem merken wir immer mehr dass wir eigentlich immer mehr schlechte nachrichten hören die auf uns zukommen als gute nachrichten besser gesagt gute nachrichten gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr ja wir hören täglich irgendwelche feilen die uns um den kopf geschmissen werden wir werden wir hören täglich irgendwelche aussichten die nicht erfolgsversprechend sind und auch dinge die uns versprochen werden werden mehr oder weniger nicht eingehalten oder verändert und da ist natürlich die frage wie gehe ich damit als christ um und ich merke es gibt insbesondere drei große meinungen oder arten wie die christen damit umgehen und diese drei möchte ich ansprechen bevor ich punkt 4 das mir persönlich sehr wichtig ist auch mit erwähne als erstes merken wir so typische christen die ja in hecken sagen würden ja ich vertraue gott er hat alles in seiner hand deswegen sind das so typische christen die sagen nicht schlimm oder ich mache es mal nichts ich habe da sowieso nicht was ich verändern kann das klären die schon untereinander und wenn ich dann haben wir immer noch den allmächtigen gott der das am ende irgendwie lehrt dann sehen wir immer mehr ein weiteres detail das sehr unter den christen verbreitet ist das ist die lehre über die endzeit das heißt die christen fangen an zu sagen ja das ist sowieso die endzeit ja der antichrist kommt sowieso bald ja die entdrückung der gemeinde kommt bald es ist eh schon bald vorbei es ist die letzte zeit und es ist schwer zu sagen dass man in panik verfällt aber dennoch kann man immer wieder feststellen dass so eine panikartige situation entsteht dass man versucht irgendwie zu hamstern dass man versucht sich vorzusorgen dass man für diese zeit irgendwie bereit ist und dann stellt sich bei mir die frage wenn er sowieso schon vorbei ist oder wenn es bald vorbei ist warum muss ich dann irgendwas vorsorgen wenn sowieso vorbei ist und dann gibt es noch die andere frage die immer wieder auf kommt unter den christen das ist auch ja wenn aktiv werden dann wie aktiv werden zum beispiel vielleicht auf die straße gehen zum beispiel mein protest irgendwie ausdrücken oder die menschen unterstützen die auf die straßen gehen ist das vielleicht die lösung die wir als christen auch mit ergreifen müssten und zu sagen um zu um die probleme zu lösen die heute auf uns zukommen ich möchte heute einen ganz anderen gedanken ansprechen der mir persönlich sehr wichtig ist und der mir als sehr effektiv erscheint warum weil dieser gedanke mit der bibel sehr gut harmoniert und ich kenne aus der bibel menschen die erfolgreich waren immer wieder gibt es dafür beispiele weil sie genauso gehandelt haben in situationen wo man sagen könnte okay keine zukunft okay ich weiß nicht was morgen bringen wird okay ich weiß gar nicht ob es morgen überhaupt geben wird ob ich das erlebe merken wir dass diese menschen ruhe bewahrt haben und deswegen gibt es auch durchaus christen aber ich merke dass es sehr wenige sind und deswegen möchte ich motivieren genau da anzufangen unser leben auszurichten christen die ruhe bewahren christen die einfach nicht aus der ruhe zu bringen sind und die den kampf im geist beginnen ja das heißt im geist bedeutet schauen was die bibel spricht schauen dass man gott verherrlicht schauen dass man gemeinschaft mit gott findet schauen dass man betet für diejenigen die auf die straße gehen und von der einen seite und der anderen seite auf die straße gehen okay wir werden gleich feststellen dass gott alle menschen liebt und wenn wir seine kinder sind dann müssen wir die menschen lieben ja nicht müssen müssen ist vielleicht so ein komischer begriff ja aber wenn wir in uns gottes geist haben dann können wir nicht anders ja weil wir seinen geist haben und er liebt das heißt nicht müssen aber es kommt automatisch weil er unser vater ist wenn er alle menschen liebt wäre es ein bisschen komisch wenn ich menschen hasse dann ist es ein argument das mir eigentlich damit zeigt dass irgendwas mit meiner beziehung mit jesus nicht stimmt nicht wahr lass uns mal eine geschichte anschauen das was ich schon heute betitelt habe während einziger mann ein großes herr besiegt wie das bei ihm geklappt hat und ich denke mal dass es auch wirklich eine richtschnur für uns heute wie wir unsere probleme angehen können auch wenn die zeiten die wir jetzt haben vorbei sind bedeutet es nicht automatisch dass alle probleme aus der welt sind aber es gibt trotzdem noch eine super orientierung für uns wie wir probleme lösen können diese geschichte kommt aus könige aus zweite könige kapitel 6 ab vers 14 werde ich die behandeln aber wenn du dich mit der bibel nicht auskennst kannst du gerne zweite könige kapitel 6 durchlesen ist ein interessantes ereignis das da niedergeschrieben wurde und wir gucken uns paar details an vers 14 also schickte der könig von aram bei nacht ein großes herr mit vielen streitwagen und pferden dass die stadt umzingelte es geht hier um elisa und einen könig aus aram und elisa hat das richtig baustig hinter den ohren gehabt und hat für den könig aus aram die ganze zeit verhindert seine ziele zu erreichen das heißt das ist zu feind nummer eins geworden eine einzige person wurde zu feind nummer eins für ein ganzes land und deswegen sagt könig aram es ist mir so wichtig diesen menschen aus dem weg zu schaffen dass wir die ganze stadt belagern werden da wo er wohnte lebte oder sich zu diesem zeitpunkt aufhielt und wir holen uns diesen mann er stört uns bei der verfolgung unserer ziele im grunde genommen ist eine sehr interessante situation ich möchte es heute gar nicht politisch irgendwie kommentieren jeder kann sich seine eigenen gedanken daraus machen aber mir geht es um den inhalt der botschaft also kommt dieses her und belagert die stadt im vers 15 lesen wir weiter als der diener des propheten am nächsten morgen aufstand und aus dem haus trat war die stadt umgeben von truppen werden und streitwagen und dann sagt dieser diener von elisa machen her was sollen wir tun ja er bekommt angst er sieht dass die stadt komplett umzingelt ist und nicht einfach von leuten die mordanschlag planen nein es ist ein professionelles herr das gekommen ist um elisa zu holen deswegen bekommt es der diener mit angst zu tun und fragt was sollen wir machen eigentlich sagt er damit es ist vorbei wir sehen aber die reaktion von elisa wie er mit der situation umgeht und ich finde das wirklich faszinierend ich finde das ist eine richtschnur für unsere einstellung heute ja wenn die frage auch kommt was sollen wir machen was passiert mit uns jetzt merken wir oder sollten wir uns an diese geschichte erinnern deswegen erinnere ich mich immer wieder daran und im vers 16 sagte dieser habe keine angst denn es sind mehr auf unserer seite als auf ihrer elisa war sich also bewusst was für eine macht hinter ihm stand er war sich bewusst was für eine persönlichkeit er war und er war sich bewusst dass das was hinter ihm war die stärker ist als das was vor ihm und vor allem hat er diese fähigkeit gehabt einzuschätzen welche macht in dieser situation stärker ist die geistliche macht oder die physische macht ja die geistliche macht die man nicht gesehen hat oder die physische macht die tatsächlich jetzt vor den stadttoren stand und deswegen sagte elisa kein problem habe keine angst aber um das ganze noch ein bisschen weiter zu erklären betete und sagt herr öffne ihm die augen und lass ihn sehen da öffnete der herr dem diener die die augen und als er aufblickte sei das bergland um elisa herum voll feurige pferde und streitwagen war eine wunderbare erfahrung nicht wahr nicht nur zu wissen nicht nur zu fühlen sondern auch zu sehen das heißt dem diener von elisa wurden jetzt die augen geöffnet ich weiß nicht ob elisa das gesehen hat aber als der diener plötzlich das gesehen hat ich kann mir vorstellen was er für ein gesicht gemacht hat als er eure gestreitwagen gesehen hat die auch elisas seite standen das heißt eine riesige übermacht der macht die gekommen ist um sich elisa zu holen und deswegen sehen wir weiter wie elisa handelt ich habe ja gesagt wie gehen wir unsere probleme im leben an wie versuchen wir zu lösen und dann habe ich bestimmte arten genannte wie christen oft mit den problemen umgehen ja sie versuchen nichts zu machen und denken gott löst irgendwelche probleme oder gott löst automatisch probleme nein das kann er nicht machen wir werden das später noch mal sehen ja oder wir warten schon auf das ende ist sowieso alles vorbei ich kenne das aus meiner in zeit zeit dass ich immer wieder schon auf das ende gewartet habe als ich damals gehört habe wie schnell die welt zu ende geht dann staune ich heute darum wie alt ich mittlerweile geworden bist es müsste mittlerweile zweimal die zeit zu ende gekommen sein so gesehen okay also und dann versucht man zu bunkern oder dann versucht man physisch irgendwelche kräfte anzulegen um probleme zu lösen ja wir suchen nach möglichkeiten nach menschen die uns unterstützen aber das was wir machen müssten es eigentlich ruhe bewahren das ist das was die lisa hier so richtig aus komplette ruhe bis zum schluss und erst 18 als das aramäische heer gegen sie vorrückte ja das heißt als sie schon vorrückten haben gesagt okay jetzt ist er in unserer hand in dieser sekunde ja erst dann eigentlich letzte sekunde betete lisa zum herrn sagt macht sie doch alle blind das heißt er hat einen plan ja er ist sich ganz sicher ja und er sagt okay wir machen es so das ist schon fast wie so ein spiel wie wie souverän in souverän elisa die situation beherrscht so sehr vertraut er sagt in diesem moment macht sie alle blind und der herr tat war ja keine keine widerrede ja elisa warte mal du machst was falsch nein der herrn tat worum elisa ihn gebeten hatte eine sehr wunderbare geschichte die mich total motiviert ja daraufhin sagte elisa zu ihnen ihr habt den falschen weg genommen das ist nicht die richtige stadt folgt mir ich will euch zu dem mann bringen den ihr sucht und er führte sie nach samaria und was passiert in samaria in samaria wird eine party geschmissen für die feinde die gekommen sind elisa zu holen und als die satt und mit liebe freundlichkeit umwickelt werden geht dieses herr zurück nach hause besiegt auf eine ganz andere art und weise und die bibel sagt weiter dass dieses herr oder dieser könig nicht mehr elisa und überhaupt die region nicht mehr angegriffen hat das ist ein sieg gewesen und jetzt könnte man als christen sagen na gut das war ja damals im alten testament das ist jetzt irgendwo vergangenheit wir leben im neuen testament und naja sowas macht gott nicht mehr jemanden mit blindheit schlagen aber wir müssen gar nicht weit gehen wenn wir aus apostelgeschichte kapitel 13 lesen im vers 9 bis 11 steht genau dass der ereignisfall eigentlich beschrieben ja als paulus über jesus erzählen möchte als paulus mit einem stand teilteilt sich über gott unterhalten möchte und als ein zauberer sich dem widerset und ablenken möchte nicht möchte dass der stadthalter von jesus erfährt sagt paulus ganz klar dass er mit blindheit bestraft werden muss und in diesem moment wird er einfach blind das heißt wir sehen hier eigentlich genau dasselbe ereignis vielleicht nicht in dieser dimension aber genau dasselbe und uns stehen heute wirklich sehr viele möglichkeiten offen nur wir menschen reagieren aus der physischen perspektive greifen gar nicht auf das geistliche zu und deswegen besser gesagt sogar viele christen sagen dass diese zeiten vorbei sind das gott auch aus der geistlichen perspektive reagieren kann dass geistliches physisch verkörpert werden kann und vieles dadurch anders werden kann ja und das ist aber das wozu ich uns heute motivieren möchte dass wir andere menschen werden und in der vierte kapitel 6 vers 12 steht folgendes denn wir kämpfen nicht gegen menschen aus fleisch und blut sondern gegen die bösen mächte und gewalten der unsichtbaren welt gegen jene mächte der finsternis die diese welt beherrschen und gegen die bösen geister in der himmelswelt das heißt was ist heute unsere aufgabe gegen wen kämpfen wir eigentlich heute genau das was hier beschrieben wird und genau das machen wir oft nicht sondern wir machen genau das umgekehrte ja und deswegen sage ich als christ auf die straße gehen wäre für mich heute falsch möchte kein verurteil ja wenn man keine andere lösung hat ist das vielleicht auch eine lösung probleme zu lösen nur dass das ist nicht die lösung die langfristig eine lösung bietet weil die geistliche macht dadurch sowieso nicht besiegt wurde versteht und das müssen wir heute verstehen deswegen müssen wir in die ruhe gottes einkehren damit wir daraus aus dieser perspektive kämpfen können damit wir da lösungen schaffen die dann physisch sich in unserer welt manifestieren dazu lese ich gleich auch noch eine bibelstelle ja aber wir können nicht menschen beschimpfen menschen gegen uns gegen menschen auflehnen weil das sind die selben menschen für die jesus sein blut begossen hat das sind die menschen die jesus genauso liebt wie er uns liebt und deswegen können wir das nicht machen wir müssen dieselbe liebe diesen menschen entgegenbringen die gott diese menschen entgegenbringen möchte und wenn wir gottes kinder sind wenn sein geist in uns gibt dann können wir ja eigentlich gar nicht anders okay so und nepheser kapitel 1 22 und 23 noch eine wichtige botschaft als lösung heute für uns alles hat gott ihm unterworfen ihn aber den herrn über alles gab er der gemeinde zum haupt die gemeinde ist sein leib er der alles zur vollendung führen wird er lebt in ihr mit seiner ganzen fülle das ist eine perfekte verheißung für uns eine extrem gute zusage für uns heute für unsere situation heute nicht wahr erstens besonders wenn wir hören und sehen lesen sehen wir was es eigentlich auf sich hatte jesus steht über alles ihm gehört die welt egal was wir heute sagen würden ja egal wie es heute aussieht egal welche tatsachen heute uns vorgemalt werden es muss für uns genauso wie damals elisa ganz klar sein der der bei uns ist ist viel stärker der der hinter uns ist der der in uns ist ist der sieger das heißt er hat schon den kampf gewonnen und ihm gehört alles der der bei uns ist ihm gehört alles er ist der könig ihm ist alles unterordnet und in diesem moment müssen wir verstehen dass wir aktiv werden können als wer und da steht in vers 23 die gemeinde ist sein leib das heißt ich bin ein teil seines leibes er kann sich heute durch unser leib durch unseren leib erst richtig in dieser welt offenbar nun wenn wir aber als christen nicht das tun was wir tun müssten dann kann er das nicht machen was er so gerne machen wollte oder machen würde und das ist auch glaube ich das problem dass einfach die china die satan nachfolgen viel besser zum teil die diese wahrheit verstehen und sie manifestieren das was sie von satan bekommen in dem leben und projizieren seine gedanken damit man die welt beherrscht aber derjenige der der herrscher dieser welt ist jesus christus seine diener glauben nicht an ihn weifeln an ihn kennen ihn viel zu schlecht und deswegen ist er nicht in der lage so aktiv sich in dieser welt auszubreiten ich denke das ist die zeit für veränderungen damit wir anfangen zu verstehen wer wir sind wenn wir das verstanden haben werden wir in der lage sein die dinge in unserem leben zu lösen ich denke das ist die zeit gekommen dass wenn wir das anfangen so zu tun dass wir unsere probleme lösen werden wenn wir das anfangen zu machen was gott heute so gerne machen möchte wird er in der lage sein durch uns auf andere menschen zu wirken bedeutet wiederum im umgeschluss was dass wir einfach einfach anfangen sollten ihn zum preisen ihn zu verherrlichen ihm zu danken für menschen zu beten die heute schlechtes tun für menschen zu beten die heute gutes tun dass diese verhältnisse sich verändert uns bereitstellen dafür dass er durch uns dinge bewegen kann dass wir sicher sind dessen wer wir sind und ich bin mir sicher dass früher oder später wenn wir bereit sind er auch uns einfach ergreifen wird und durch uns das machen wird was er so gerne machen möchte aber dass wir dann und dann machen können wenn wir in seine ruhe kommen wenn wir einfach anfangen zum beispiel abends jeden abend ja nur ein abend in der woche uns bewusst dafür zeit zu nehmen einfach mit jesus mit dem heiligen geist über all diese probleme die um uns herum sind sich zu unterhalten und ich bin mir sicher dass wir lösungen bekommen werden deswegen in diesem sinne wünsche ich dir gottes segen und ich freue mich auf weitere treffen auf weitere diskussionen und erfahrungen mit jesus sei gesegnet und bis zum nächsten mal